Hallo meine Lieben, irgendwie bin ich zu groß für meinen Spiegel. So, ich muss in die Knie gehen. Ich treffe mich jetzt mit meiner Lieben, Allerliebsten Janina. Ganz spontan haben wir uns gerade auf Twitter verabredet. Und ja, los geht's! Janina beim Semesterkartenverlängern. Kommt sie wieder raus? Nee, hast du nicht mal gerade in die Karte? Ihre Karte wird gedruckt. Dim, dim, dimm. Und klappt's. Yay! Dann machst du deine Videos immer mit dem iPhone. Freilich. Und jetzt grüßen wir zu Ikea. Wieder festhalten, was du hier für Quatsch machst. Das ist noch toll, oh Gott. Hallo ihr Lieben. Wir sind gerade bei Ikea. Wir schlafen ein bisschen und kuscheln und essen leider nichts. Kein Pferdefleisch? Nein. Doch. Essen wir leider nichts. Komm ist gut. Komm ist gut. Hier bei Ikea gibt's jetzt 10% geschenkt. Kaufe für mindestens 150 Euro mit deiner Ikea-Femini-Bezahlkarte ein. Und du erhältst von uns per Post eine Aktionskarte über 10% des Ankaufswerts. Aber gut bis 23. März. Wenn wir Uni haben, einabrechte Kamera mit einer ein Stativ. Und dann lassen wir uns hier hin. Schau die Kamera, da ist doch diese, wie ist das so ein Füß? Machen wir das wirklich? Wir machen den jetzt weg hier. In Ernst, machen wir das? Steh mal vor, wie lustig das ist. Ja. Ah, das finde ich gut. Damit ich danach nochmal angucken kann, ob ich mich vermalt habe. Janina hat sich eingekuschelt im Bett. Und ihr kleiner Rollator ist immer mit dabei. Kindernudelteller und Kinder... Was ist das? Gulaschteller? Und Janina hat gleich ein kleines Foto gemacht, um es zu Instagrammen. Ja, aber der Empfang reicht nicht. Jetzt sag was Schönes. Wir kaufen ein. Jetzt sag was Schönes. Wir kaufen ein. Ja. Ikea. Das sind unsere wilden Outfits. Ja. Und sie hat Ballerinas an. Ja, die sind von Masi Motoshi. Das finde ich schön. Und du hast Blitzen an. Und wir haben beide Sonnenbrillen auf dem Kopf. 4. März, 8 Grad und wir haben beide Sonnenbrillen auf dem Kopf. Aber die Sonne scheint. Ja, das muss so sein, ne? Ja, das finde ich auch. Aber ich wurde schon von vielen komisch angeguckt heute. Wir haben keine Ahnung. Das ist unser Haul. Und die Pflanze, die hast du schon mal eingesteckt, ne? Die brauchst du nicht mehr bezahlen. Nee, nee. Die ist schon alleine in meine Tasche gewonnen. Lässt du gleich da drin? Ja. Reiß mal Schluss zu und dann geh mal. Das sind die polnischen Gene, die da drin sind. Hast du, ja? Ja, hab ich. Manchmal geht's mit mir durch. Den spieg ich hätte gerne. Der ist schlimm. Oder den. Außerdem. Das war's. Da sind es 6,5 und 14. Am nächsten Schalter bitte. Was? Du bist voll dunkel. Wir möchten bitte ein Menü. Wir essen aber nicht was. Mit Pommes. Oh Gott, die hast du uns. Ich muss auch. Ich hab auch gleich das Geld. Sauerstoff. Ich hab nur noch. Ich hab einen Lutscher. Die hat mir eh nicht zugegeben. Scheiße. Ich hab echt kein Bargeld. Hallo. Ich kann doch mit Karte bezahlen. Lass mich mit Karte bezahlen. Machen wir nicht. Ich verstehe nicht, was das jetzt... Ich hab irgendeine... Oh, ich hab... Ich guck mal hier. Los geht's. Will sie nicht? Nee, sie will nicht. Hat schon. Will kein Geld. Dankeschön. Hab ich die extra Soße? Dankeschön. Dankeschön. Was ist das Schönes? Wir müssen jetzt zwei Cent pro Liter sparen bei Shell. Ach, brauchen wir nicht. Bring da mit. Das braucht nicht. Jetzt... Achso, soll ich das auf den Schoß nehmen? Warte, ich muss mich... Die Tasche könnte... Hallo, ein Moment. Danke, Zeit. Ist da extra Soße drin? Guck erst nach, bevor es nicht stimmt. Das war schön. Ja, super. Danke schön. Tschüß. Die sind lecker. Die sind auch nicht gesund, ne? Aber I don't care. Ach, das ist schön. Ich auch. Der Oberkrieg hat eine richtige Backen, dass du den so eingeparkt hast, glaube ich. Das war fein. Ist er da reingekommen? Ich dachte, er hat meine Tür zugeparkt. Ich finde es total geil. So ist es vorbei. So geil, dass du MDH abgehörst. Aber eigentlich immer alle Enjoy hören und so. Wenn der Enjoy kommen kann, dann kommt der raus. Willst du Pommes? Nimm bitte. Ich guck das. Ich hatte schon mal frei. Ist das ernst? Darf ich die Soße aufmachen? Ist das deine? Ja, aber du hast eine Erdbeerbote bestellt. Ja, für dich auch noch. Ich hab doch noch. Weißt du was wir probieren müssen? Komm rein. Erdbeeren mit Schild mit Pommes. Oh, ich soll den Essen auch machen. Was? Die Leute werden immer klappen. Nein, nein, wach jetzt. ja, ha, ha. Dies ist bisher. Och. Ja was, wedding du? Jeder Satus. Ich versichere drei.